so freunde willkommen zur einer weiteren ausgabe wissenswertes aus der woche und wir werden direkt mit dem weg der tapferkeit starten weil ich habe den gerade eben abgeschlossen und konnte diese beiden wunderschönen kisten hier einsammeln einmal die gratis belohnung und einmal die premium belohnung und ja gratis belohnung ein emblem das ist wunderbar das ist sehr schön sehr qualitativ sehr hochwertig ja im proof der loot aber hier premium belohnung da kommen wir mal und da sehen wir was da aufblitzt ein wappenrock ein wappenrock der zufälligerweise auch fehlt also sehr schön das heißt wir haben einen wappenrock eine epische heldenmünze brauchen wir jetzt auch für die hasen die embleme 50 stück für den waldläufer okay und 10 unterbildnismünzen ja okay können wir auch mit nutzen ich glaube die bringen mich sogar an einen hunderter ran also an eine beschwörung ran diese 10 dann würde ich sagen nehmen wir das und dann sind wir erstmal so durch mit dem weg der tapferkeit wir haben alles alles geschafft das sind jetzt hier so gratis truhen ja die jungen mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so sehr wir machen natürlich hier diese täglichen weiter und kommt das kommt ja wenn ich mal welche vergesse ist eigentlich nicht passiert dann ist das so das wichtigste haben wir okay gut dann haben wir eben ganz kurz hier das alles mal im einsammeln ich habe bisher nur 6 pvps gemacht und 6 siege gucken wir uns auch einmal hier werbung an land of empires okay läuft jetzt nicht so gut für den drachen ne viel zu ende drache wurde besiegt alles sieht ganz witzig aus aber keine zeit so geben wir mal was schönes ja jetzt improve der loot da sind wir wieder so und das nehmen wir alles ruckelt gerade ein bisschen nett die die werbung nicht gut verkraftet glaube ich so sonst das nochmal eben machen hier ballern wir mal noch ein bisschen rein versuche ja tatsächlich dass diese beiden hier irgendwann mal auslaufen deswegen baller ich das alles hier hinten rein aber das dauert noch ein bisschen bis die auslaufen hier schwierig schwierig so gehen wir erstmal hier durch hier das sollte man sollte man mitnehmen ja gratis die die harpoon und was das hier zeit stopper ja gut das haben wir schon was haben was kommt hier ok prüfungen der heiterkeit ja kurzes update hier zum äh sprostal einfach habe ich so ein bisschen gemacht normal noch gar nicht so wirklich aber ich habe profi schon durch so gut wie ja wir werden das wieder so machen ja wir werden das wieder so machen dass ich äh mich bis zur letzten stufe kämpfe und dann machen wir die letzten stufen von einfach von normal und von profi nach zuschauerwunsch das heißt jetzt hier in der stelle der appell wer irgendwie was lustiges weiß was ich mal machen könnte kann das gerne reinschreiben in die kommentare und dann gucken wir einfach mal wenn nicht dass ich mir irgendwas einfallen ja aber wie gesagt da einfach mal bescheid sagen so dann haben wir hier das ist fertig ok gut dann lass uns erst mal äh den loot angucken was haben wir gekriegt so warte mal ähm wir haben erstmal den den kalender so was hatten wir alles wir hatten im endeffekt das challenge event sieg der drei königreiche das haben wir ja schon gesehen ne das hab ich ja alles ähm dokumentiert schon wir haben den sternfall zirkus wie das äh ausgegangen ist wir haben den mythischen titan ähm der jetzt auch diese woche war und äh gut season 4 läuft im moment also da haben wir können wir ein bisschen mal ein bisschen was gucken und zwar dann gehen wir erstmal durch das event ich hab bei äh selten nicht mehr die top 1000 geschafft ähm das lag aber auch eher daran dass ich episch gespielt habe ich hab mich bei episch am meisten drüber aufgeregt und am ende ist bei episch die beste lootstufe aber rumgekommen ja äh episch wollte ich dann die top 500 haben ich war war sogar ganz nicht ganz knapp aber in reichweite zu top 100 aber hatte dann kein Bock mehr weil das wäre dann doch zu viel gewesen da haben mir dann meiner meinung nach die embleme auf den roten helden gefehlt und die truppen jeweils deswegen ist das so eine sache woran ich jetzt arbeiten werde ja ich mache jetzt im moment die zwei sterne truppen und ähm werde das rote event team mal emblemieren vielleicht kann man da noch einen tacken mehr rausholen als sowieso schon aber ich hab mich dann wie gesagt auf episch konzentriert hab da das fernrohr gekriegt deswegen hab ich dann selten halt ad acta gelegt legendär war eigentlich auch ganz ok platz 271 da hab ich nicht mehr so viel ich glaube da hab ich eigentlich fast gar nichts mehr gemacht weil ich wusste dass ich da nicht in die top 100 kommen werde und wie gesagt dann hatte mich episch so ein bisschen gepackt ja und dann hab ich da halt viel gespielt aber ich habe glaube ich auch ich glaube drei Refills oder vier Refills mit Diamanten gemacht tatsächlich eher untypisch aber ich wollte dann auf jeden Fall dieses episch sichern und es war dann tatsächlich so dass ich dann mit einem einem Level das so gut verbessert habe weil das war die top 500 bei episch und ich war so bei 430 oder sowas und vom vom letzten oder vom ja doch vom letzten Event weiß ich dass ich bei selten in den top 1000 war da war ich platz 800 noch was und bin dann aber rausgefallen 1021 oder was das war da habe ich mir gedacht na gut 430 ist jetzt nicht so sehr gesichert wenn da nur die top 500 reinkommen und ja dann dachte ich mir komm da musst du noch ein bisschen mehr machen und dann bin ich auf einmal von platz 430 auf 200 weiß ich nicht was gefallen und gestiegen und dann dachte ich mir ja gut geil da hast du es jetzt gesichert hatte dann noch ein bisschen Energie übrig und konnte dann noch ein Level noch einen Tacken verbessern und dann war es am Ende platz 209 also sehr sehr gut und ja wenn ich jetzt noch die Embleme und sowas alles drauf habe vielleicht wird es dann nochmal einen Tacken besser mythischer Titan ich glaube ein Prozent ja bester Angriff war unter den top 1000 alles gut ja juckt mich ja eh nicht so sehr ähm da sieht man schon mir ist das Internet abgeschmiert ja also Gesamtschaden war ich dann 292 auch logischerweise top 1% ähm ich denke wenn ich mich da wenn ich da ein bisschen mehr drauf achten würde auf die ganzen Sachen dann ähm könnte ich da auch noch mehr rausholen aber für mich ist das einfach äh mal so ganz entspannt die Items wegballern die man so anhäuft ja mehr ist das für mich nicht wenn ich ehrlich bin ähm ist vielleicht kein gutes kein gutes Vorbild für die Leute die äh sich Tipps für Titan erhoffen ja aber ähm ja ich mach da immer noch so meine Fehler ich könnte noch besser sein sagen wir mal so aber Titan interessieren mich nicht so wirklich ja muss ich kann ich nochmal gerne sagen deswegen ähm ja solange es top 1 ist alles gut so und dann ist mir das Internet abgeschmiert als ich dann hier den Screenshot machen wollte deswegen sehen wir bei Allianz Schaden äh das ist top 100 gewesen äh ich glaube wir sind 66 geworden oder so ich weiß es nicht mehr ich weiß die die Platzierung nicht mehr ja aber eigentlich alles wie immer alles im Lot alles so wie es sein sollte und das äh ist denke ich mal am wichtigsten und dann hatten wir noch so ein paar kleine schöne Sachen wie eine mythische Vision mit äh 20 Emblemen ja da sieht man dass das vom Handy aufgenommen ist weil es auf Englisch ist äh dann hatte ich eine wunderschöne wunderschöne Monsterkiste und das war der Witz dabei ich hatte eine Monsterkiste und eine elementare Kiste die elementare Kiste ist in der pvp-Leiste da ähm gespawnt und da war eine gelbe Kiste und da waren nur Scheiße drin wirklich nur Scheiße ja das waren 20 Embleme war das Beste so und dann hab ich ja die elementare Kiste gefüllt und gleichzeitig logischerweise die Monsterkiste auch und in der Monsterkiste waren dann die Pfeile da hab ich mir gedacht okay im Schnitt ganz gut ja packst die Pfeile gedanklich zur elementaren Kiste Monsterkiste sowieso immer Mist dann passt das ja das hat sich dann noch so ein bisschen ausgeglichen so und dann was noch interessant ist Turnier das ist ja immer die Defensive war ja scheiße die ist am Ende auf D gelandet und wir haben es aber tatsächlich mit der Offensive haben wir es rausgehauen ja wir sind Top 1 gelandet 100 Embleme gekriegt in letzter Zeit läuft das echt mit den Emblemen beim Turnier muss ich sagen da haben wir jetzt 100 Stück wieder wir haben 2 Heldenmünzen das ist auch sehr gut und der 4 Sterne Eta witzigerweise hab ich bei diesem Eta Angebot was es da gab da was gekauft damit ich 2 4 Sterne Eta kriege um Xnolfot zu breaken was ist passiert ich glaub ein Tag später hab ich ein 4 Sterne Eta gekriegt in lila und jetzt wieder spätestens jetzt hätte ich ihn breaken können wenn man das mal vorher so wüsste ja aber das ist das ist das Spiel ja das zeigt dir dann auf du musst nur Geduld haben dann läuft das auch alles aber naja jedenfalls diese Reset Tokens ich hab da massig ich weiß gar nicht wie viel das werden wir sehen ich werd ein ein Roster Review machen ja was sich alles was sich so angesammelt hat in der Zeit das kommt jetzt die Tage raus und dann werden wir auch mal sehen wie viele von diesen Reset Tokens ich da habe nicht gerade wenig sagen wir mal so ok gut dann können wir uns jetzt um ähm unseren alltäglichen Kram hier noch kümmern Alka Shards nämlich Heldenumschulung und so weiter und so fort das heißt einmal einsammeln hier das nehmen wir auch mit ok und dich nehmen wir auch und drei Sterne Item gut das ist nichts ungewöhnliches mittlerweile ne 1400 ich weiß dass ich Mönch wenig habe die nehmen wir ja ja Mönch nehmen wir sehr gut Druide oder Waldläufer 756 ok nehmen wir Waldläufer oder habe ich irgendwie Albis Druide ne ach der kriegt sowieso nicht viele der kommt ja eh nur in Rush rein ne wir machen gut das haben wir Heldenumschulung dauert noch zweieinhalb Stunden das werden wir jetzt uns ähm erkaufen aber wir gehen erst in die Turnierdefensive so vier Sterne Bonus Booster und gelbes gesperrt ok gelbes gesperrt das ist der Top das ist wunderschöne Autodefensive hier Autofill Defensive so Bonus Booster ich würde sagen wir spielen mit Ferrand ja das Ferrand ist auch jetzt im letzten Turnier hat einer mit einer Ferrand Defensive Platz 1 geholt und auf Platz 3 war auch einer mit Ferrand das heißt wir nehmen jetzt auch Ferrand Bonus Booster gut da haben wir auch den Bonus man sieht gerade ich habe Catmon emblemiert weil ich ihn sehr 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 häufig nutze ich überlege gerade ob wir ihn ruhig an die Seite packen um Boni zu entfernen ja gar nicht mal so doof ne ich denke erstmal nur so ein Rigat wäre tatsächlich in diesem Fall auch gar nicht mal so schlecht weil der macht halt auch viele Boni oder wir nehmen Sabina mit Inga auch Klerika kann wieder stehen halt auch über Zeit und entfernt Boni von allem Gegner heißt das ich nehme ich packe seit langer Zeit mal einen Heiler wieder in die Defensive was Turniere angeht aber hier dreht sich alles eigentlich um Ferrand solange Ferrand überlebt ist alles gut wir sehen schon hier Ingolf das wird auch einer den ich emblemieren werde die Burtus bleibt so ich wollte ein bisschen meine lilanen vier Sterne ein bisschen stärken ja und deswegen ist das eigentlich so schon ganz okay bräuchte ich nur hier hinten noch jemanden der Sinn ist wenn der Gegner auch mit Gegenschlag arbeitet ne deswegen lasse ich Sabina auch vor Tiburtus stehen weil ähm er ist jetzt ganz hinten in der Ecke er löst nicht aus sie entfernt Boni dann kann er draufballern wenn er jetzt hier wäre und wir hätten auch einen Ferrand als Gegner dann geht er auf alle ballert voll auf den Gegenschlag stirbt wahrscheinlich und dann kommt sie und entfernt Boni ne deswegen machen wir es mal so rum und hinten müsste ich jetzt eigentlich noch einen hinstellen der ähm der reinballert hm da war aber kein mehr so wirklich genau Sonja nehmen da war auch wenig Sinn ne oder Ambitrine Ferrand auch Boni hm 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 na ich kann Hänsel auch nehmen wenn er mit wenn er mit Rot reingehen will macht das nicht so viel bei Ferran ne vielleicht vielleicht triggere ich ihn damit ja dass er mit Rot reingeht und nicht mit Blau ich lass das mal so warum nicht so die tauschen wir aber Hänsel die Defensivtruppe oder Catmon ist eigentlich egal ne den lassen das ruhig so ja und die lassen wir bei ihm auch stehen ist jetzt nicht bombastisch ja aber ich denke mal kann man so kann man so lassen er entfernt wir haben hier Boni wir haben hier mit ihm Boni und dann kommen die Hitter eigentlich wäre es natürlich besser wenn man Multi-Hitter noch hätte aber ich setze alles auf Ferrand die Frage ist ne ich lass das glaube ich ja ich lass das mal so ich glaube das geht das wird nicht gut gehen hab ich so im Gefühl aber ich trau der Sabina irgendwie nicht aber kann ich auch Sangreor nehmen ne auch ein Bonus aber Sabina ist da schon besser Gormek könnte man auch mitnehmen noch als Angreifer aber dann müsste Sabina in die Ecke und dann hab ich zwei Rot weißt du also ich lass das einfach mal so ja warum nicht komm lass das einfach mal so was soll da schon schief gehen ja schon einige schief gehen aber na gut so ähm was wird sein ich hab keine Ahnung ähm Roter Season 1 okay gut war jetzt nicht so erfolgreich ne wenn man ehrlich ist dann hauen wir sie mal wieder weg so hasta la vista wir sehen uns gut haben wir das auch erledigt dann gehen wir jetzt noch ein bisschen hier an die an die Monsterfront und äh ja wir sehen uns dann im nächsten Video heute wird auch noch ein Beschwörungsvideo kommen und nachher um 17 Uhr der Livestream gegen ähm eine gute Allianz Wissen 29 ja einer hat sich rausgenommen weil er im Moment ähm viel zu tun hat und nicht weiß ob er im Krieg angreifen kann oder nicht aber dadurch dass wir jetzt 29 sind heißt es nicht dass wir einen einfachen Gegner gekriegt haben ja wir haben einen einen bekannten Gegner gekriegt und ich bin gespannt wie es läuft also in dem Sinne wir sehen uns später vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut ciao ciao